ja moin ihr hübschen grüße euch willkommen zurück zu einer neuen folge world of warcraft und ab geht's in der tiefe drin in der tiefi in der tiefi wir haben heute kein schlüssel und bedauern haben wir schon alle verballert mag ich auch nicht so die tiefe aber was soll's so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, 5 Stück müssen wir von diesem Schatten-Totems zerstören So, Brand hat 35% Dauert also noch eine Weile, bis wir den hochleveln können Hier haben wir nichts, was wir benötigen Da, Oskang Dauert 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 Der alte Brand deckt euch den Rücken. Ich habe den Rücken. Absorbiert ja auch noch meinen Schaden. Gibt's ja wohl nicht. Gibt's ja wohl. Oder? Neuert oder was? Was ist los mit dir, ey? Was ist denn das jetzt für ein Sinn? Egal. Hat ja mal gar keinen Sinn. Okay. Also das Looten ist hier schon irgendwie ein bisschen buggy seit dem Add-on. Das passiert so oft, dass ich einfach nicht automatisch plündern kann. Geht so oft, was ich nach der Doppelang. So waren wir nicht mehr so oft, die Doppelang. Okay, das geht. Oh. 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 Ich habe etwas kalt gefunden. 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 Oh. Der alte Brand deckt euch den Rücken. Der alte Brand deckt euch den Rücken. Okay, perfekt. Jo, war da ganz entspannt. War da ganz entspannt. So, was sagt die Truhe? Oh ja, bei Tiefen. Schatzraum, zack, zack, zack. Wollte einsammeln, die Lid. Oh, es gab sogar, bringt. Okay, alles klar, war sogar eine Aufgabe. Schutze wegbringen. So, Kiste war nicht, wa? Ne, war leider kein Schlüssel. Okay, das war's dann. Lasst mal noch ein Like da, abonniert den Kanal und dann nächstes Mal wieder einsteigen. Bis dann, rennjau und tschüss, tschüss.